Ja moin Leute, willkommen zurück auf meinem Kanal zu einem weiteren Apex Legends News Update. Es geht wieder um Season 8, um den zweiten Geburtstag von Apex Legends. Sehr interessant und zum Start von Season 8, rund um den Geburtstag, soll es ein bekanntes Event geben. Habe ich vor kurzem darüber berichtet, verlinke ich hier zwei bekannte Events von sehr, sehr lange her. Einmal das Iron Crone Collection Event und das System Override Event. Verlinke ich. Es geht aber jetzt um das Iron Crone Event, was unter einem anderen Namen und einem anderen Motto steht. Dann habe ich noch Kings Canyon Map Änderungen, beziehungsweise ein fettes Map Update und ein Comeback Recolors und so weiter. Es ist mega, mega interessant. Ich zeige euch erstmal den Post von Shrugtroll und der liegt wirklich sehr, sehr selten daneben, wenn der was postet. Es geht um das Iron Crone Event und gleich zum Start von Season 8 sollen wir dieses Event wohl bekommen. Unter dem Codenamen EOSWAR soll das sein und er schreibt, dass die ganzen Iron Crone Legendaries inklusive einem Watson Skin ein Recolor bekommen werden. Wir kennen das aus dem letzten Halloween Event. Dort kamen sämtliche Halloween Skins von 2019 nochmal zurück, haben aber alle noch ein Recolor bekommen und es gab verschiedene Bündels in Verbindung mit diesem Recolor. Sehr interessant. Es gibt aber gleich noch eine Information, es wird dazu wieder ein Erbstück geben und wenn das stimmt, was Shrugtroll dort schreibt, wird das wirklich ultra, ultra interessant. Das schalten wir jetzt mal weg. Achso, übrigens Codename EOSWAR, irgendwas mit einem Krieg, das ist so ein Thema für dieses Event. Das bestätigt für mich auch so ein bisschen, dass Fuse tatsächlich die neue Legende ist. Verlinke ich euch auch nochmal oben, wer das Video nicht gesehen hat, dort zeige ich sämtliche vermutliche Fähigkeiten, Soundfiles, ein paar animierte Bilder und so weiter. Sehr, sehr interessant und der hat so ein bisschen kriegsähnliche Fähigkeiten, Granaten, Raketen und so weiter und so fort. Wer das nicht gesehen hat, schaut da rein, ist wirklich interessant. Ein bisschen außer der Reihe da. Es scheint so zu sein, als würde Gibraltar die nächste legendäre Edition bekommen und nicht Mirage, wie ich ursprünglich vor ein paar Tagen erst berichtet habe. Wir kennen ja Lifeline, Bloodhound, Octane und Pathfinder Editionen und es scheint so zu sein, dass Gibraltar der nächste ist. So, das nur am Rande bemerkt. Hier zeige ich euch kurz die Spots für Kings Canyon. Kings Canyon sollte in Season 8 ein fettes Comeback bekommen und das wird wahrscheinlich wieder so sein, dass es fette Map Changes gibt. Und ich zeige euch hier, grün hinterlegt, es sind verschiedene neue Spots, zum Beispiel Spotted Lake, Uncovered Bones, Verdant Crossing. Was aber sehr interessant ist an diesem Bereich, Moment, das ist immer alles spiegelverkehrt. Dieses hier, da steht Thunderdome, die Donnerkuppel, gibt es doch gar nicht mehr, die wurde zerstört. Und dort komme ich auf ein Thema zu sprechen, wollte ich vor ein paar Wochen schon drüber sprechen. Ich habe es verrafft, sorry. Biast12, ein Data Miner, hat eine Theorie auf Twitter aufgestellt, ein Event in Verbindung mit so einer Art Zeitreise. Und jetzt komme ich auf ein Video zurück, was ich mal vor ein paar Wochen veröffentlicht habe, dass es wahrscheinlich sein könnte, dass wir Standard Kings Canyon und Standard World's Edge für einen begrenzten Zeitraum für ein Event zurückbekommen. Und Biast12 postete vor kurzem eine Zeitreise-Theorie. Irgendwas um ein Event, wo es vielleicht so eine Art Zeitreise geben könnte, passt ein bisschen zur Horizon, weil die ja irgendwie, naja, mit ihrem ganzen schwarzen Loch gedöhnt, vielleicht ist da irgendwas mit einer Zeitreise in Planung. Wir bekommen die alten Maps für kurze Zeit zurück. Jetzt habe ich noch ein paar andere Spots. Das klingt auch alles ein bisschen verwirrend, was ich hier gerade sage. Sorry dafür, aber ich denke, die meisten von euch können mir folgen. Jetzt haben wir noch Cage Crossing. Wir haben Crash Site, Crashed Ship. Und Crashed Ship ist sehr interessant. Ich habe im letzten Video, was ich vorhin verlinkt habe zu Fuse, auch ein Teaser gezeigt um ein Schiff. Vielleicht stürzt dieses Schiff ja auf Kings Canyon ab und verändert Kings Canyon noch ein Stück mehr. Ich bin gespannt. Dann gibt es Destroyed Artillerie Tunnel. Könnte ja irgendwo dort sein, wo dieses Schiff draufballert. Dann haben wir noch Lagoon Crossing und Spotted Lake. Also, es könnte sein, dass wirklich Kings Canyon mit Season 8 ein fettes Comeback mit einem riesen Map-Change-Gedöns feiert. Und jetzt haltet euch fest, alle Bangalore-Fans. Ihr werdet endlich Genugtuung bekommen. Viele beschweren sich zu Recht über die letzten Jahre, dass Bangalore immer irgendwie nur Scheiß-Skins bekommt oder keine. Zieht euch dieses Re-Color rein. Es ist der absolute Halt. Die Fresse. Wahnsinn. Dieser Skin ist unglaublich geil. Ohne, ohne Scheiß. Der gefällt mir mega gut. Und auch ein Re-Color von Lifeline aus dem Battle Pass. Ich weiß gar nicht, was Season 5 war, glaube ich. Das Original habe ich mir schon lange, lange übersehen, obwohl der eigentlich ganz geil aussieht. Auch das Re-Color gefällt mir eigentlich ganz gut. Und jetzt kommen wir noch zu dem Post von Shrugt Hall in Verbindung mit dem Eos War oder Ironcone Collection Event. Denn, wenn das stimmt, was der sagt. Wie gesagt, am Anfang habe ich es nochmal erwähnt. Der liegt selten daneben. Es ist ein Collection Event und er schreibt, die Belohnung, wenn wir sämtliche Sachen eingesammelt haben, quasi gekauft haben, bekommen wir nicht irgendein neues Erbstück. Sondern wir bekommen 150 Erbstück-Splitter und wir können uns ein Erbstück unserer Wahl aussuchen. Und ich finde, das ist doch auch mal eine Sache. Mal kein neues Erbstück, sondern einfach mal Erbstück-Splitter und wir können uns endlich mal ein Erbstück aussuchen. Finde ich jedenfalls sehr, sehr geil. Jetzt seid ihr gefragt. Kommentare haut sie voll. Was haltet ihr von den Informationen? Ich bin sehr, sehr gespannt. Das soll es von mir jetzt gewesen sein. Daumen da lassen. Abo da lassen. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Haut rein. Bis zum nächsten Mal. Ciao.